Seid gegrüßt, mein Name Zwerge, Gnome, Hobbits und England zu einem neuen Sommertour-Video. Es ist ja ziemlich laut, ich weiß nicht, ob man mich hört. Hier direkt aus der Hauptstadt, hier im Herzen von Deutschland. Hier ist der Finne, ein bisschen schüchterner als ich. Dahinten sieht man vielleicht den Bundestag, hier auch noch den Bundestag. Das ist übrigens der Reichstag, das ist der Bundestag. Der Bundestag ist das langweilige Gebäude im Hintergrund und das, was schön aussieht, ist der Reichstag. Wer es noch nicht wusste, und das Kanzleramt, da sitzt die Frau Merkel drin und ihre Stellvertreter. Und da der wirkliche Bundestag, ich werde jetzt mal Richtung dort gehen. Beziehungsweise wir. Beziehungsweise wir, wenn er mitkommen will, wenn er Lust drauf hat. Ich werde nämlich versuchen, dann noch das vierte zu finden. Das ist nämlich das Schloss Bellevue, da sitzt dann der Bundespräsident drin. Ja, da werde ich jetzt mal nachgehen, das geht dann so ungefähr dort an der Spee. Vielen Dank und da muss man dann so ca. 20 Minuten Fußweg und dann ist man da am Schloss Bellevue. Und ja, auf dem Weg werde ich vielleicht noch ein bisschen die Möglichkeit haben, ein bisschen was aufzunehmen und vielleicht ein bisschen labern. Das wird heute vielleicht ein bisschen ein Nabar-Video. So, bevor es hier noch lauter wird, gehen wir mal rüber. Es ist zwar spä. So, ich will aber nicht hier entlang, auch nicht dort entlang. Ich muss da rüber. Ich gehe dann mal so ein bisschen an der Spree entlang. Mich gucken die hier alle blöde an, weil ich mit einer Kamera spreche. Ich kann ja so tun, als ob ich mit Rinner sprechen würde. Er ist die ganze Zeit nicht mit auf der Kamera. Er muss mal ein bisschen hinter mir laufen, wenn er mit auf der Kamera sein will. Das ist dann so. Dunkle Gestalten unter einer Brücke. Jetzt sind wir sie wieder gesehen. Jetzt sind wir wieder sichtbar. In Magdeburg darf es schön dunkel und düster bleiben, weil das ist schön. Und ich habe ein Zimmer, das ist ziemlich beleuchtet und da darf es mal ein bisschen blöder sein für das Blöde aufmachen, dass dann ein Blöde ist, wenn es dann nicht so sehr ist. Nicht draußen bin, aber ein bisschen eine Blöde aufs Wache, dann darf es besser. Ja, mal Schmerzweck, die Blöde. Und hier sind wir auch noch mal mehr Spiegel, das war es nicht gut. Ich habe mal ein Stellchen der Spiegel, da habe ich schon Videos, Aufnahmen aus dem Fernseher gesehen. Das ist glaube ich auch so ein Teil vom Regierungs... Kanzleramt. Das ist das Kanzleramt, ja genau, von der anderen Seite. Da gibt es auch manchmal Videos, wo Leute, Politiker, interviewt werden und dann halt mit dem Rücken so ein Fenster stehen und dann halt dort so ein Schiff an der Spiegel vorbeifährt. Es ist komplett unmöglich, dass wir jetzt auch in irgendeinem ARD Themen, wie gut zu sehen sind, zum Themenfilmen. Vorhin haben wir schon RTL 2 gesehen, hat aber leider nicht gefilmt. Und jetzt hätte ich mich vor die Kamera lieber auf und hätte gesagt, oh, ich bin Fertin. Oh, ich bin auf YouTube. Ich bin auch im Tierpark, war ich in Mepzig und woanders habe ich in Linien getroffen. Da habe ich in verschiedenen Städten verschiedene Sachen gemacht, aber ich glaube, in Berlin ist mir hat nichts eingefallen und dann habe ich halt gedacht, ich mache da halt ein Nama-Video und jetzt ist die Sonne sogar etwas angenehmer. Dort ist schon Freis nicht mehr so ganz mit uns herab. Und ja, noch schöneres Wetter. Und ja, ein paar halb schlechte Aufnahmen hier von dem Kanzleramt von allen Seiten. Und von der Spä hier. Ja, den finde ich hier mal ins Gesichtsdonner. Die rechte Hand. Und da ist er hier. Das ist ein Rückenplatz drauf und sieht doch gar nicht bescheuert aus im Video. Nicht drauf. Ja. Lang kann es nicht mehr dauern bis zum Schluss. Wir sind schon vorbei, wieder hat es schon. Keiner von den Zweiten hat etwas bemerkt. Dort hinten ist die Siegersäule. Kann man sie vielleicht irgendwie erkennen? Ich hoffe ja, irgendwo dort hinten ist die dort. Als ich kleiner Punkt in der Land habe. Also keine Angst. Im Rat sie irgendwo hinter den Bäumen hervor. Aber ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ihr fährt gerade ein Schiff an uns vorbei. Werden jetzt schön alle gefilmt. So, war dann doch noch ein bisschen weiter. So, wie lange sind wir laufen? 5 Minuten sind wir locker noch gelaufen. Ja, ist halt ein bisschen Weg. Also so, auf Google Maps steht 20 Minuten Fußweg. Wie man schnell läuft. Passt auch ungefähr so hin. 18, 19, 20 Minuten. So, wir sind immer noch an der Spähe. Hier seht ihr es. Und da ist eine Brücke. Da müssen wir einmal rüber. Und dann sind wir schon am deutschen weißen Haus. Am Strasse Bellevue. So, wir sind hier tatsächlich vom Schloss Bellevue angekommen. Freistplätzchen hier im Schatten. Sieht zwar nicht ganz so toll aus. Aber vielleicht kriegen wir noch ein paar Aufnahmen. Fertre Aufnahmen vom Schloss Bellevue. Hier auf der anderen Seite ist übrigens nur langweilige Straße. Und da fahren die ganzen Busse hier und lang. So, und jetzt stimme ich da mal auf den Rasenjob. Einfach mal in den Rasenherrbetreten. Oh, jetzt wird die Sonne schon gelb. Oh, der Wollkamm. Habt euch wohl und haut drinnen. Bis zum nächsten Video. Das war es jetzt mit der Sommertour. Und ja, man sieht sich in einem anderen Video. Ich schlafe ein bisschen ein Hühnchen. Im Gras des Bundespräsidenten. Habe ich mehr verdient. Tschau. Das war es jetzt mit der Sommertour. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020